Hallöchen, Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von die Survivalists. Heute bin ich tatsächlich mal alleine. Ich habe jetzt eine ganze Weile auf Seras gewartet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir uns zum Aufnehmen abredet haben. Ich glaube fast nicht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja im Prinzip immer noch einen Plan. Und zwar möchte ich den wunderschönen Teleporter bauen. Und ich habe das jetzt nochmal dahingestellt, um zu gucken, was rein muss. Und das möchte ich heute durchziehen. Und ich, oder vielleicht schaffe ich es heute, den ganzen Kladderadatsch oben auch noch quasi aufzubauen. Allerdings brauche ich noch ein bisschen was an Material. Und ich habe einen dummen Fehler gemacht, wenn man jetzt mal so im Nachhinein darüber nachdenkt. Ich hätte einfach hier die Schmiede nicht wegmachen dürfen. Aber gut, dafür ist es jetzt zu spät. Ein, 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 aah, verdammt. Verklickt, falsche Maustaste, naja, ist wurscht. Ähm, ja. Mit zwei Schmieden wird es deutlich schneller gehen, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Wir brauchen noch Breder. Haben wir irgendwo noch Bretter eingelagert? Ich weiß es nämlich gar nicht. Sieben Stück, doch, da haben wir. Das ist gut. So, Freunde. Jetzt brauchen wir noch zwei davon. Und, äh, nee. Zwei davon. Machen wir mal zwei davon. Frendo. Okay, ich brauche von den spitzen Diamanten tatsächlich noch einen. Was heißt Diamanten-Edelstein? Äh, was ist denn hier unten noch drin? Nix. Während der da... Warte mal. Wie lange dauert denn das? Kann ich das sehen? Nee, warte mal. Ich brauche erst noch einen von davon. Und während der, ähm, Collage dann... ...die zwei, äh, quadratischen... ...die Dillsteine macht. Aber den lege ich mal hier hin. Äh, gehen wir hoch. Und... Was will ich denn oben machen? Ach genau, die Fallen leeren. Wir brauchen nämlich Essen. Wir brauchen Essen, Freunde. So, jetzt mal kurz ausprobieren. Sind die Schlau... Äh, habe ich einen abgestellt? Nein, habe ich nicht. So, was machst du jetzt, wenn ich weg bin? Was brauchen wir für den anderen nochmal? Ah, habe ich überhaupt noch genug Material? Aber das wäre jetzt so bitter. Wenn ich nicht genug rote Edelsteine noch habe. Ah, vergesst es. Wir haben genug von dem... ...von dem Tant. So. Wie viel habe ich denn jetzt? Wo ist denn das Zeug überhaupt jetzt? Nee, scheiße. Ich habe überhaupt nicht mehr genug von denen. Ich brauche nochmal... ...vier von denen. Ah, das wird gerade nicht lang, ne? Wobei doch, das müsste... ...das langt. Also, Freunde. Und während ihr das macht, gehe ich jetzt tatsächlich mal hoch. Die... ...fallen auschecken. Ah, guck mal. Da ist auch Essen. Fliegendes Essen. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Perfekt. Gut, ach, Mist. Wir müssen ja tatsächlich immer dieses Fell auch mitnehmen. Das ist immer so nervig. Weißt du was, Kollege? Du kommst auch mal mit. Du stehst hier seit Folgen absolut sinnlos in der Gegend rum. Das kann man sich ja nicht angucken. Ich weiß nicht, wo Seras ist. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwie seinen Terminkalender falsch im Kopf habe. Aber... Autsch. Aber es kann sein, dass ich mich im Tag täuscht habe. Wann er Zeit hat. Er hat nicht immer Zeit. Komm, jetzt bleib halt mal da. Wir werden halt einen Arschwoll Nahrung brauchen, ne. Die fehlt uns da nämlich immer ganz gerne. Äh, wo müssen wir hin? Oh, ich bin jetzt mal links. Eieieiei. So, die Schatzkarten, die müssen wir irgendwann auch mal machen. Und ich kann ja ein bisschen mal auf die Kommentare eingehen, die ihr so geschrieben habt. Also da... Gibt es ein paar Leute, die wirklich viel Ahnung von dem Spiel haben. Und... Ich habe mir ehrlich gesagt die Namen nicht gemerkt. Aber... Ähm... Es ist wohl so, dass wir, um von dieser Insel hier zu fliehen, halt logischerweise das Schiff fertig bauen müssen. Das wusste ich schon. Äh, allerdings gibt es da wohl Special-Liga-Items, äh, die wir dafür brauchen. Und die finden wir wohl in vier Special-Liga-Dungeons, äh, auf den Inseln verteilt. Allerdings habe ich, glaube ich, noch keinen von denen gesehen. Das ist... Das ist ein bisschen komisch. Aber... Das ist dann halt wohl einfach so. Und... Ich bin gespannt, was ich da drin finden werde. Der Kulaych hat nicht geschrieben, was wir darin finden. Oh, hier haben wir ja noch einen Haufen Zeug. Ich nehme mal das Gold vorsichtshalber mit. Ähm, ja. Deswegen... Ich bin gespannt. Ich kann mir momentan noch nicht so darunter vorstellen, was wir da so... dann haben werden. In diesen Dungeons. Was für Teile... Also wir brauchen logischerweise noch... jede Menge Material. Also wirklich unfassbar viel Material. Das sollte aber ja kein Problem eigentlich sein. Weil mit der ganzen Affenhorde... die gerade alle total tatenlos rumstehen, weil ich nicht weiß, was ich mit ihnen machen soll. Weil ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, wo die Richtung hingeht. Ähm, habe ich auf jeden Fall genug Arbeitskräfte, äh, um die nächsten 20 Jahre hier ein Urlaubsresort hochzuziehen. Das wird auch mein Plan sein. Ich werde dieses Schiff nicht bauen, oder... Ich werde es bauen höchstens, aber als Touristenattraktion. Und baue dann hier... ein, äh, höchst kapitalistisches Konstrukt auf und lasse die, äh... Affen die ganze Arbeit machen. Wird es fähren, finde ich. So, Freunde. Äh, ja. Mach scheiße. Erstmal kurz ein bisschen Zeug hier ablegen. So. Sehr schön. Machst du mal 2 von. So. Und das Zeug... könnt ihr dann verwursten. Wir machen uns jetzt erstmal was zu essen. Da können wir überall noch ein bisschen Essen rumliegen. Da ist noch Fisch. So. Chicken Wings können wir gerade auch noch nicht machen. Dann verwursten wir erstmal das Zeug hier. Okay. Ich habe gerade keinen, der arbeiten kann. Das ist doof. Ähm. Warte mal. Okay. Und ihr seid schon fertig. Komm mal her. So. Du kannst jetzt das hier... Nein! Nein! Na gut. Vielleicht ist es nicht so schlecht zu speichern. Ich wollte aber nicht speichern. Ich wollte dem Kollegen ein Werkzeug in die Hand drücken. Nein! Alter! Och. Es ist alles so nah beieinander. Ich raste aus. So. Wenigstens 2 von den Freunden. Gut. Mehr Essen haben wir leider gerade nicht zur Verfügung. Äh. Wie sieht es mit dem Fisch aus? Fisch brauche ich auch mal wieder Bananenblätter. Und die haben wir momentan nicht. Na gut. Soll mir aber erstmal recht sein. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Was brauchen wir? Wir brauchen Gold. Gold. Äh. Drei Goldplatten. Zwei. Habe ich schon. Ich habe auch noch ein paar Nägel. Die hatte ich ja schon vorbereitet. Dann brauchen wir hier bitte noch eine von der Goldplatte. Warum eigentlich nur drei? Das Ding hat doch vier Seiten. Aber gut. Wer wäre ich, um so ein Spiel zu kritisieren? Gut. Echt jetzt? Jetzt ist das leer. Alla. Rezept wählen. Booyaka. Wie viel von den Rahmen brauche ich? Zwo Stück. Verdammt. Okay. Äh. Das hier können wir mal wieder weg machen. Das brauchen wir nicht mehr. Gut. Dann brauchen wir wohl doch noch Maramu drei Stück von. Oh. Und da brauchen wir noch mehr Nägel. Aber das Gold geht ja netterweise sehr recht schnell. Ähm. Während die das jetzt kurz machen, habe ich zumindest mal zwei Sekunden Zeit, um zu gucken, ob hier, ah warte mal kurz, das war dumm. Ich sollte den vielleicht sinnigerweise das Gold hier lassen. Haben wir hier irgendeinen College, der das Zeug da irgendwie, ne? So. Nein. Hab ich nicht. Ihr macht das schon. Okay. Hat er nicht gerafft. Blöd. Ich hasse euch. Ja. Dann mache ich es halt doch selbst. Lul, warum legt denn der das jetzt alles hier hin? Weil ich ihm gesagt habe, ihr sollst es da hinlegen, oder was? Okay. Das ist neu. Das sieht mir dann verdächtig, äh, nach was gepatcht, um aus zu achten Scheiße. Der macht jetzt einen Riesenhaufen von Zeug. Ja gut. Ich wollte es ja so. So. Nochmal. Freund. Warte mal. Nimm eins davon. Tu es hier hin. Wundervoll. So. So. Gut. Jetzt könnte ich tatsächlich mal weggehen. Wir brauchen Bananenblätter. Meine Güte, ey. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Man blickt ja eigentlich immer noch so viel Zeug rum. Mit der Bananenblätter müssen wir halt irgendwo mal eine Palme finden, ne? Oben sind noch ein Haufen Palmen, glaube ich. Das ist aber halt auch blöd, dass man jetzt jedes Mal quasi bis nach oben latschen muss. Oder sind in denen auch schon Palmen drin? Weiß ich. Ach, Scheiße. Ich habe nur einen Spitzhacker. Ne, und den Knüppel. Ja gut, aber das ist irgendwie vollkommen legal. Hier ist eh nix. Ach, komm schon. Spiel. Ärger mich nicht. Warum gibt es hier keine Palmen mehr? Haben wir die alle schon abgeholzt? Was mich halt tierisch wundert, ist, dass das Zeug nicht nachwächst. Ich dachte, das würde es tun. Ähm, aber da habe ich mich hart bekalkuliert. Wenn wir hier mal trassieren, ob man einfach komplett diesen Wald abholzen könnte. Alles da oben, weil hier wächst nix mehr. Ich weiß nicht, ob die Affen hier irgendwie Salz ausgestreut haben auf dem Boden, dass hier nie wieder was wächst. Aber ich würde es ihm zutrauen, den Schweinchen. So, wo habt ihr die... Ach, Scheiße. Muss ich jetzt raten? Nein, okay, hier liegen die Nägel. Hör mal auf. Ähm. Easy. Sehr schön. Dann haben wir im Prinzip alles. Dann packe ich hier mein Essen ein, fahre noch hoch. Und gut ist. Äh, Essen. Scheiße, hier wäre sogar noch einer von den Kackdingern gewesen, ey. Ich muss wirklich mal die Truhen aufräumen. Aber das ist halt echt teilweise vergeblich Liebesmühe. Und vielleicht soll ich den grünen Quatsch noch mitnehmen. Gut, warte mal. Das kommt hier rein. Das nehmen wir mal mit. Das kommt hier rein. Aha. So. Wo ist das Gold? Gold habe ich hierhin gepackt. Also. Wir haben... Ja. Wir haben alles, was wir brauchen. Perfekt. Deswegen würde ich sagen, ich latsche jetzt nach oben. Und setze das... Jetzt habe ich das grüne Zeug vergessen. Latsche ich nach oben, setze das Zeug rein. Und dann ist das hier eigentlich voll clever. Kann ich nämlich einfach... Dann mit dem Teleporter wieder nach unten sprecken. Das heißt, eine langweilige Fahrt sparen wir uns quasi. Und ich hoffe, dass man den Teleporter so häufig benutzen kann, wie wir wollen. Wobei, wir wissen jetzt, wo es das grünige Größe gibt. Und das ist okay. Ja, ja. Du bist so müde. Laber nicht. Die fünf Meter. Okay. Ich renne die ganze Zeit. Ich bin wahrscheinlich nach der Hälfte von dem Weg kaputt. Warte, wie viele Schatzkarten, ey. Ach, das ist diese Doppelschatzkarten-Ding. Äh, wir sind da hoch. Sehr schön. Da ist das los. Affe, willst du mitkommen? Es sieht so aus. Gut. Jo, Sefa, die ist lustig und so, ne. Dauert jetzt einen Moment. Aber ich habe viel zu reden heute. Nein, so schlimm ist es nicht. Tatsächlich stelle ich mir schon seit einigen Folgen die Frage, wie lange wir noch brauchen. Was ich so ein bisschen kritisch an dem Spiel sehe, und ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ihr einfach schon mehr wisst als ich, ist die Frage... Macht es Sinn, das Spiel dann ein zweites Mal zu spielen? Weil ich sehe, ehrlich gesagt, aktuell nix, was mich quasi nochmal dazu bewegen würde, im zweiten Durchgang zu machen. Weil so spannend ist es dann doch nicht. Und es gibt ja nix Neues. Also es gibt ja, soweit ich weiß, kein New Game Plus oder sowas, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht, weil es hier keine Charakterentwicklung oder solche Geschichten gibt. Aber, ja, würde mich halt echt mal interessieren, ob da irgendwas noch kommen wird. Ich vermute, dass es wie bei die Escapists irgendwann halt DLCs geben wird. Wie auch immer... Lass mich bloß in Ruhe heim. Wie auch immer die geartet sein werden. Aber auch die DLCs von The Escapists 2 fand ich so mittel, muss ich sagen. Deswegen verspreche ich mir da nicht so viel von. Aber wenn nicht, hatten wir einfach eine coole Runde zusammen mit Seras. Ich hatte ja eigentlich geplant, auch mal The Escapists 2 mit Seras zu spielen, aber nachdem das auf dem Epic Games Launcher eine absolute Katastrophe war, ähm... mit dem Koop, haben wir das wieder eingestampft. Boah, das hier hat ja schon Spaß gemacht. Wobei, ich tue gerade so, als wären wir schon fertig mit dem Spiel, ne? So, warte mal, welche Indien ist denn das jetzt? Sind wir hier richtig? Jeb. Die Frage ist, wo lege ich an? Ich glaube, ich lege rechts oben an. Da war gefühlt immer mehr Ressourcenzeug. Wobei, komm, wir können im Prinzip auch hierhin anlegen und schon, äh, noch ein Stück laufen, weil... Ne? Bootchen fahren und so dauert immer so lang. Gut, also, was ich nicht machen werde, weil ich glaube, dass unser Portal das nicht überleben wird, Ich werde das nicht hierhin stellen, auf den Flammenboden, sondern es gibt ja... dort auch normalen Boden. Bitte, Spiel, erlaube mir das, was ich jetzt tun möchte. Halleluja. Oh, verdammt. Oh mein Gott. Ich bin so ein Lappen. Ich hab... Oh mein Gott. Oh, das tut ja weh, Alter. Ich hab keinen Hammer dabei. Ich hab meinen Hammer vorhin... weggegeben. Oh mein Gott. Ja, gut. Hier brauch ich nicht nach Zeug gucken. Oh, scheiße. Hätte mich da nicht einer dran erinnern können. Ich hab auch halt nix dabei, um was zu bauen. Ich geh jetzt kurz an meine Tour auf dem Boot und hoffe, dass da was drin ist. Aber ich glaube es nicht. Oh Mann, ey. Ah, kacke. Ja. Leute, ich mach hier mal einen Cut. Ich will den, ähm... Teleporter heute unbedingt noch fertig kriegen. Wir sehen uns gleich wieder. So, äh... Kurzer Zwischenhalt. Ähm... Ich bin gerade bei uns noch auf der Hauptinsel. Und ich hab tatsächlich gerade endlich den mysteriösen Fremden mal gefunden. Das ist quasi ein Händler. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Was der so für Warenpfeile zu bieten hat. Ähm, den haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Vielleicht hier die sauer verdiente Geld ausgeben. Schauen wir mal rein. Willkommen. Du hast einen mysteriösen Shop gefunden, diese Markierungsstrategie. Mit der Flaschenpost macht sich etlich bezahlt. Für meinen Luftschiff suche ich nur die besten Gegenstände. Die Waren, die ich verkaufe, helfen dir bei deinen Abenteuern. Gut. Und was brauchen wir? Ach, stimmt. Wir müssen dem Sachen bringen. Da war ja was. Äh, ja, nee. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Weil der hat, und das kenne ich noch aus der Demo, halt wirklich ganz brauchbare Dinge. Nicht nur irgendwie, äh, Mumpids. Sondern die sind wirklich nicht so verkehrt. Und der will jetzt einfach nur drei Seile haben. Die mache ich dem einfach mal schnell. Hier von Hand weg. So, perfekt. Weil hätte ich wahrscheinlich jeden von den Sträuchern nehmen können. Aber naja, ist ja wurscht. So, collage. Wie sieht es aus? Wie sieht's aus? Drei Seile. Ich gebe dir drei Seile. Ah. So. Was? Seid ihr belohnt, wird sicher am Postkasten aufgewacht. Der am Ballon des mysteriösen Fremden. Äh, ach so. Gut. So, was haben wir da noch? Ach, Schlüssel. Fledermaus-Labyrinth-Schlüssel. Ach, stimmt. Ähm, ja, ich kann mich erinnern. Das sind dann wohl die vier komischen Dungeons, ne? Würde ich jetzt einfach mal denken. Oh, mein Gott. Na ja. Gut. Dann würde ich sagen. Macht das Sinn, diese Dinger zu kaufen? So, werde das Fängler aus. Genau. Damit kann man halt weit gucken. Wer hätte es gedacht. Ähm, ja. Viel Spaß. Du bleibst erstmal hier. Die Schlüssel hole ich mir irgendwann anders. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich fahre jetzt zur Insel zurück. So. Und wir sind wieder am Ziel angekommen. Müsst ihr so, wie oft das falsch in die Insel angelegt? Aber wurscht. Können wir Gott sei Dank durch sowas da laufen. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles dabei habe, um hier, äh, Wurzeln zu schlagen. Aber sollte eigentlich. Zwischendurch, ähm, als ich jetzt hier hin und her geteamigt bin, habe ich mir gedacht, muss ich das Ding verteidigen? Ich weiß nicht, ob es hier oben auch quasi Invasionen gibt. Aber ich hoffe einfach mal nicht. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie mit, ähm, wie heißt's, mit diesen Stachelfallen absichern oder so. Aber da gucken wir dann einfach mal. So. Klöppeln wir die Kiste zusammen. Das dauert jetzt halt einen Moment. Aber es wird sich rentieren, hoffe ich. Und die Frage ist halt, brauchen wir es eigentlich? Aber ich glaube, es macht tatsächlich schon Sinn. Weil ich vermute, fürs Schiff brauchen wir viel Zeug. wirklich sehr, sehr viel. Und ich vermute, wir brauchen auch Metall und so ein Krempel. Deswegen ist die Investition hier in den Teleporter nach hier oben, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Sag ich jetzt einfach mal. Sehr schön. Jetzt lasse ich das, wenn man nichts drückt, die Kamera immer so nah ran. Sehr schön. Und boom. Teleporter initiated. Die Frage ist, gehen wir jetzt durch? Ja komm, wir tun's. Ich will's ausprobieren. Damit du dich über die Insel teleportieren kannst, musst du einen weiteren Teleporter am Zielort bauen. Hab ich. Je mehr Teleporter du baust, umso mehr Orte kannst du besuchen. Teleporter verbrauchen leuchtende Steine, um ihre Portale zu generieren. Du benötigst keinen leuchtenden Stein für den Teleporter am Zielort. Es sei denn, du möchtest ihn erneut benutzen, um zurück zu können. Okay, wir brauchen also pro... pro... Bewegung quasi. Und so wie ich das sehe, ist das schweineteuer. Hä, wird das jetzt teurer? Da stand ja gerade noch vier. Hier steht jetzt neun. Ich bin super verwirrt. Weil hier steht ja nirgends irgendwas. Also hier stehen ja nirgends Zahlen oder so. Dass ich sagen könnte, ja, ist voll teuer. Hä? Was haben diese Zahlen zu bedeuten? Keine Ahnung, ist mir aber egal. Wir haben's geschafft. Und damit soll die Folge auch beendet sein. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.